sie hat jetzt ihre erste begegnung die kamera läuft leute mit dem neuen teo vorsichtig speziumseck wir gehen die supertreppe runter also hast du schon alles? wieso? geh mal rein und gib dir mal Futter an ihr müsst jetzt Freundschaft schließen ja langsam nicht verschrecken mach mal Futter da rein der macht nix nein der ist ein jahr alt der ist ganz cool wenn er nicht cool ist kommt dann in topf nächste woche Freund 400 kilowatt der bursche nicht rausjagen nicht rausjagen da sind noch zwei hühner müssten noch sie haben wohl sein ja sind die alle hier hier sind sie ok ok die sollen ja alle noch drin bleiben die sollen noch nicht rausgehen und haben wir schöne eier ja ja wir schauen mal ich schau mal wie er sich da muss ich erst mal akklimatisieren ok leute da muss ich erst hier gerade gewöhnen genau er ist gut zwei so braun hühner ok guck mal jetzt habt ihr schon Freundschaft geschossen ja die lassen wir noch nicht raus die gehen wenn die alleine gehen kommt hier alles klar das war es mit der ersten Begegnung